so weiter geht es hier im text ist es mal wieder ein paar tage später hier fragt euch jetzt sicherlich hey was ist denn hier passiert ja mein nebelscheinwerfer hier der ist kaputt die birne da musste man leider die ganze stoßstangenecke da unten abmachen die liegt jetzt hier ich habe da die ersatzbirne noch nicht da aber guckt mal hier tada ich habe es geschafft der halter ist dran war dann doch gar nicht so schwer wie ich dachte das heißt also das wäre schon mal erledigt hier hinten habe ich es noch nicht dran geschraubt aber das will ich jetzt machen also die da unten mache anfangen aber auf der pizza sich war auf der auf der seite hier erst mal weiter da habe ich ja schon angefangen erhebt er schon mal dran aber der hat noch mal zwei schraubpunkte hier oben da und da dafür muss aber der kotflügel weg also die die rathaus schale hier das aber relativ einfach befestigt ist es bloß einmal ja da eben geschraubt zack 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 und da unten und dann kann man den ganzen schale ausmachen hier und da komme ich da an die schraubpunkte auch von hinten ran und kann es dann perfekt anziehen haben wir schon die rathaus schale raus gemacht jetzt kommt dieser halter wieder dran und zwar so 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 ein bisschen gekriegt genau dass die dinge außen sind hier und jetzt schraube hinter oben noch durch die zwei löcher auch noch fest ich hoffe mal ich habe die richtigen verschraubpunkte gewählt aber das dürfte eigentlich von der positionierung jetzt grob passen und jetzt die schrauben drin jetzt kann ich praktisch die ratos schale wieder dran machen weil da oben an die verschraubung komme ich nicht dran wenn die drin sind und aber die seite schon mal soweit fertig also diese variation bei den lkw ist es schon wahnsinn also hier ist die kohlflügel befestigt schon wieder anders dadurch dass ich ja den bluthank im rahmen ab also hier zwischen ist jetzt die halterung hier da kommen praktisch hier so gewinnen raus und damit ist alles wieder komplett anders sollte aber für die seitenverkleidung halterung jetzt keine rolle spielen weiter geht es im text ich habe mal wieder geschoppt ich weiß gar nicht wo das letzte video aufgehört hat ich glaube hier ja also die glühbirne habe ich noch nicht bekommen für den nebelscheinwerfer deswegen dementsprechend sieht das hier noch aus kacke aber ich habe andere teile bekommen und zwar einmal dieses hier ja das kommt praktisch hier so dran moment so genau und an die teile kommt dann nachher dieser diese halterung dran also das dürfte eigentlich so rum dann funktionieren dann müsste ich auch die passenden schrauben da haben da kann man das mal festschrauben dann habe ich noch bekommen dieses teil ja da wurde ich natürlich mal wieder mal wieder zum kotzen ist es entschuldigung wenn ich mich so aufreg aber es nervt einfach dieses teil hier das kommt nämlich so rum hier ran da dazwischen mal gucken dass mein tank nicht komplett zerstört alles kommt auf jeden fall da rein ungefähr so müsste das da hinkommen ja und es war in dem shop wo ich das gekauft habe war das ab weil also das kommt hier hin und dann kommt hier vorne noch so eine platte dran unseren gummi puffer so und dann liegt die seitenverkleidung daran auf ja mit dem shop war dieses teil natürlich dran und geschickt haben ohne also das ist wieder hier da könnte ich ja gut und das weitaus teuerste teil jemand das hat 15 euro gekostet da muss ich jetzt vielleicht noch mal zu scania gehen und hoffen dass sie dieses ding hier was da dran kommt einzeln haben ansonsten ja kann sein ich muss das noch mal bestellen war es natürlich scheiße wäre aber was willst du sag mal so ist nicht schön aber was willst du machen ja und das teuerste was ich bestellt habe ist das hier was ist hier drin das nämlich ein neuer boden zeige ich euch nachher jetzt schrauben erstmal die dinger hier dran und hoffen dass es hier aber endlich funktioniert der ganze kack weil mir geht es langsam echt auf den keks soll ich meine ich habe es mir selber eingebrockt aber trotzdem also look at this fast perfekt das da unten ist natürlich noch absoluter schmutz aber das kriegen wir auch noch hin genau die passen jetzt daran perfekt ja dürfte also funktionieren alles da ist noch die alte leiter schmeiße weg oder wenn sie jemand haben ja und dann genau andere seite sind auch gut aus ist auch dran halten wir oben jetzt festgeschraubt weil ich die schrauben noch kürzen muss da kommen wir noch unterlieg scheiben drunter natürlich ist jetzt alles nur zum testen dran geschraubt da vorne ist ja schon alles fix und fertig sieht gut aus jetzt gucke ich mal noch was ich mit dem mit dem hier macht ja da muss ich jetzt wahrscheinlich die hintere schraube total beschissen wenn die batterien eingebaut sind da kommst du nämlich fast nicht dran da unten an die schrauben aber theoretisch muss ich sehr nur weg und vielleicht reicht es mir wenn ich die schrauben zurückdrückt vielleicht reicht es mir dann das ding rein zu rein zu machen hier jetzt müsste eigentlich groß an den zwei schrauben da festgemacht sein da und da vielleicht kann man dann hier oben noch eine durch machen da hier komme ich noch nicht weiter denn wenn man sich mal die treppe anguckt die treppe hat also das ding war ja praktisch ist einfach mal dran versteht man es besser die treppe war ja so rum dran und jetzt seht ihr hier ist so ein abstandshalter und dieser abstandshalter der war da dazwischen so das ist da gerade angeschraubt weil es liegt praktisch hinten durch die kurve liegt es wieder an den kasten an und hier habe ich jetzt das problem dass wenn ich den ich kann ihn zwar dran der passt auch aber eben hier vorne an dem schraubpunkt da muss halt so ein abstandshalter wie der hier noch dazwischen muss ich mir noch drehen kann man in dazwischen machen dann dürfte es auch funktionieren da schätze ich mal mit markus der kommt vielleicht heute ich weiß noch das sonntag ob der da rauskommt ich frage mal mir das drehen könnte genau und dann kann man das dran schrauben aber was auf jeden fall spaßig ist also dass die schraube da hinten raus machen war schon mal zum kotzen und das wird sich hier jetzt auch nicht ändern weil ich habe nämlich gar keinen platz mehr ich kann jetzt noch mal dranheben kann man weg ja man hat hier überhaupt keinen platz du kommst du kommst die mutter da drauf also das ist echt der letzte der letzte müll wirklich der letzte müll jetzt ist auch hier der seht ihr den abstand da muss halt irgendwie so ein distanz stück rein dass das dann daran auf liegt aber dann der rest passt eigentlich bis auf das fehlende fehler ding vorne aber eigentlich sollte ich sowieso eher mal mit scania telefonen ob ich das überhaupt einzeln bekommen bevor jetzt den dran schraub also kann ja auch einfach nachher den kompletten dran schrauben ja guck mal hier ist auf jeden fall auch noch mal so ein distanz stück das kommt aber nach oben ran kommando zurück ich habe noch so ich wusste es doch ich habe die vor nur nicht gefunden ich wusste doch dass ich noch so dinge haben irgendwo rumfliegen jetzt probieren jetzt gucken wir uns sind ja ich weiß mal sattelplatte muss ich mal ölen fetten jetzt tue ich mal so eine distanzscheibe da dazwischen dann gucken ob es besser aussieht muss jetzt irgendwie die die mutter darauf kriegen kann leider keine kameraeinstellung zeigen krieg nicht hin wie man das sieht wie ich mir jetzt hier gleich einen ab doch ich könnte mein gesicht zeigen dann da sieht man auch die verzweiflung auch gott da geht gleich die monetarisierung flöten gehen weil ich so junge das ist echt der allerletzte der allerletzte dreck da bricht ihr echt alles sie hat glaubt sie hat sie hat nein jetzt kommt bitte geht darauf bitte oh come on fuck mann wo ist jetzt die scheiß mutter hin nächster versuch ich darf eh nicht so viel fluchen ihr wisst ja wegen monetarisierung ich mir auch noch ein bisschen was verdienen das geht mir auch richtig auf den keks das blöde batterietragedinger so jetzt das ist doch die richtige motorgröße absolut profilhaft jetzt try it again let's try it again wie soll man das da jemals drankriegen absoluter scheiß ich sehe schon die kommentare Freddy reg dich nicht so auf reg dich doch nicht so auf ich kann mir das nicht mehr angucken du bist nur am fluchen bitte nicht also ich das wenn ich das heute noch daran kriege du dann war aber drei kreuze dann mache ich drei kreuze so bitte jetzt please wisst ihr wenn das halt ab werk kommt dann schraubt man das einfach dran bevor bevor man den tank dran schraubt so und dann ist das natürlich hier alles wunderbar und leicht aber irgendwas nachrüsten ist einfach immer ein scheiß nein ich dachte es wäre dran ich dachte es wäre dran so jetzt gehen wir mal in uns beruhigen uns mutter unser geheiligt werde dein name deine festhaltung komme dein mein mein wille geschehe oh Gott ich wenn ich hier wieder raus schwitze ich hatte kommentare ich würde nur scheiße labern und das absolut wahr absolut wahr ich habe es geschafft es ist ja nicht zu glauben ja ja man so ein Mist echt aber jetzt alter schwede an dieser stelle nochmal sorry für meine flucherei ich habe es jetzt dran das einzige ich werde es wohl nochmal wegschrauben müssen weil der abstand hier ist doch arg wenig ich glaube die distanz hülsen die ich da improvisiert habe sind ein bisschen zu lang das heißt da werde ich dann auf jeden fall was mit markus drehen aber ich wollte jetzt mal was einfach zusammen schrauben ich werde es dann wahrscheinlich so machen dass ich die einfach hier messe da von da nach da messen die länge von der hülse hier und dann drehen wir die einfach selber und dann dürfte das auch passen weil jetzt so also so wird es mit sicherheit auch gehen es fehlt halt noch die platte die hier dran geschraubt wird und da muss ich halt echt hoffen dass ich die bei scania bekommen jetzt geht es hier an der baustelle weiter ja da liegt auch noch das die warmleuchte oben die abdeckung ja jetzt muss ich erstmal hier ausräumen und dann fliegt das alles raus dann mache ich hier mal sauber und dann kommt da der boden rein ja ich habe jetzt auch noch den lederboden verlegt wie ihr seht ist es zwar nicht perfekt geworden weil ich ja noch den kühlschrankumbau habe da hat das alles nicht ganz so gepasst aber ich habe es doch irgendwie reingekriegt hier ist es nicht ganz so schön geworden ich kriege aber diese falte hier irgendwie nicht raus ich weiß nicht so ganz wo man es liegt ansonsten ist der boden drin ist natürlich jetzt mit schwarzem boden da sieht man halt jeden dreck also da kann ich eigentlich so gefühlt jeden tag putzen aber trotzdem finde ich so angenehmer als davor und ja dann wäre wieder eine baustelle erledigt jetzt muss ich noch hier das muss ich noch verlieren das ist oben die rundum leuchte da war ja das giovanni drin das mache ich jetzt einfach komplett schwarz jetzt das ganze ding wieder und genau